Hallo, ich heiße Martin. Wie heißt du? Ich heiße Carolina. Wo kommst du her? Ich komme aus Polen. Dein Deutsch ist sehr gut. Wie lange lernst du schon Deutsch? Ich habe zwar sieben Jahre in der Schule gelernt, aber lerne erst seit einem halben Jahr intensiver. Besuchst du eine Sprachschule? Nein, ich lerne, indem ich selber kleine Sprachlernvideos produziere. Damit lerne ich selber sehr intensiv und gleichzeitig helfe ich, anderen Deutsch zu lernen. Das ist ein tolles Konzept. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. Hallo, ich heiße Martin. Wie heißt du? Ich heiße Carolina. Wo kommst du her? Ich komme aus Polen. Dein Deutsch ist sehr gut. Wie lange lernst du schon Deutsch? Ich habe zwar sieben Jahre in der Schule gelernt, aber lerne erst seit einem halben Jahr mehr intensiv. Besuchst du eine Sprachschule? Nein, ich lerne, indem ich selbst kleine Sprachlernvideos produziere. Damit lerne ich selber sehr intensiv und gleichzeitig helfe ich anderen, Deutsch zu lernen. Das ist ein tolles Konzept. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. Hallo, ich heiße Martin. 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 Besuchst du eine Sprachschule? Nein, ich lerne, indem ich selber kleine Sprachlernvideos produziere. Damit lerne ich selber sehr intensiv und gleichzeitig helfe ich anderen, Deutsch zu lernen. Das ist ein tolles Konzept. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei.